O Adonai, et duxtumus Israel, qui moisi in igne Flamme rubi, a paruisi. Willkommen, liebe mit gefüllten Reifen, heute öffnet sich das 18. Türchen und wir finden heute wieder eine Eigenschaft Gottes, vor allem finden wir wieder eine U-Antiphon, nämlich O Adonai. O Adonai, et duxtumus Israel, qui moisi in igne Flamme rubi, a paruisti, et ei in Sina legem didisti, veni ad redimendum nos in braccio extento. O Adonai, Herr und Führer dieses Hauses Israel, im flammenden Dornbusch bist du die Mose erschienen und hast ihm auf dem Berg das Gesetz gegeben, O komm und befreie uns mit deinem starken Arm. Wir sehen in dieser U-Antiphon, es bezieht sich ein bisschen auf diesen Moment, wo eben sich Gott offenbart hat als der Lebendige, wo ich schon an einigen der Vortagen ein bisschen was dazu erzählt habe. Und ich finde diese U-Antiphon sehr schön und deswegen hoffe ich, dass ihr das jetzt dann genießen könnt. Somit zum heutigen 18. Dezember und dem 18. Türchen und morgen kommt dann die nächste, das 19. Türchen. Ciao, bis morgen. Ciao, bis morgen. 6-10-Thern, tski-Thern, 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 tski-Thern. Ciao, bis morgen. Ciao, bis morgen.